So, ja, ich habe da vor einem halben Jahr mal etwas bei dem lieben Kedos gesehen, der hat das wieder von, ach vergessen was, ähm, ich fange mal neu an, denn draußen sind es gefühlte 87 Grad und im Schatten und jeder schwitzt sich den Arsch ab und ich habe keinen Bock und keine Kraft, irgendwas aufwendiges hier an Let's Play oder Vlog zu produzieren, deshalb jetzt für euch von mir 20 Minuten Sein mit Zwergenfluchst. Ja, wer sich reinziehen möchte, darf sich reinziehen. Das Ganze hat, glaube ich, wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, zum ersten einen Spaß-Effekt und zum zweiten, so habe ich es zumindest interpretiert, ein bisschen auch den Effekt ein bisschen abzuschalten zu können und ein bisschen runterzufahren von dem stressigen Alltag. Es ist Donnerstag, Nachmittag, noch einen Tag müssen wir überstehen bis zum Wochenende. Die Leute in meinem Alter haben jetzt nächste Woche Konsultationen und die Prüfungen, die mündlichen Prüfungen beginnen bald, also Stress ist vorprogrammiert. Ja, wer sich die Zeit nehmen will, kann sich jetzt mit mir gemeinsam zurücklehnen und die 20 Minuten Stille genießen, also los geht's. Ich lehne mich zurück und nehme mein Käftchen hier und zerknitter das Hemd. Genieße derweil ein bisschen Kaffee. zum gibts zum gibts zum gibts zumasy Musik 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 Schweißangstel Freie Schwung Ist hab ich denn noch eine Frisur? Halt ich vorher schon... Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.